Musik Bei bestem Messewetter strömten die Besucher in Scharen auf das Freiburger Messegelände. Rund 500 Aussteller auf 45.000 Quadratmetern in den Messehallen und auf dem Freigelände versprechen eine bunte und informative Badenmesse mit hohem Unterhaltungswert. Mit dabei ist mittlerweile zum 20. Mal die badische Landwirtschaftsausstellung Bala. Wir laden Sie ein zu einer Entdeckungsreise, bei der Sie unsere köstlichen Produkte, aber auch die Menschen, die dahinter stehen, kennenlernen können. Messechef Daniel Strowitzki betonte die wichtige Rolle der Landwirtschaft in der Region. Und diese erkennen auch die Verbraucher. Nach einer aktuellen Umfrage zählen 44 Prozent der Befragten dem Beruf Landwirt zu einem der wichtigsten und zukunftsweisenden Berufen. Damit nimmt der Landwirt zusammen mit Ärzten und Lehrern die Spitzenposition unter den Berufen mit gesellschaftlicher Bedeutung ein. Am ersten Messewochenende lädt die Designmesse Freicycle zum Entdecken ein. Am zweiten Wochenende folgt eine Premiere, das Männerparadies. Auf dieser Sonderschau sollen wir, so hoffe ich, viele Männerherzen erleben, die voraussichtlich höher schlagen, wenn sie sich mit Sportwagen, Oldtimer, Motorräder oder Trendthemen wie Fitness oder, wie lerne ich, perfektes Grillen befassen. Erstmals zu Gast in Freiburg ist auch die Multimedia-Sonderschau Digital & Fun. Die Wüste lebt. Unter diesem Motto finden sich tierische Wüstenbewohner, Kakteen und Palmen in Halle 1. Messeklassiker wie der Bereich Natürlich Regional mit dem XXXL Kochstudio, die Straße der Museen und die Gesundheits- und Wellnessausstellung Gesund und Vital ergänzen das Messeprogramm. Mehr als 200 Veranstaltungen bieten abwechslungsreiche Unterhaltung. Auch für die kleinen Messebesucher gibt es viel zu entdecken. Die Baden Messe 2015 mit ihrer riesigen Vielfalt an Produkten, Dienstleistungen, Informationen und Programmpunkten. Vorbeischauen lohnt sich!